Nicht miau, sondern zzzzzz, wenn man sich so umschaut im Straßenverkehr momentan, dann könnte man durchaus meinen, dass der Tesla das neue Spielzeug für Männer oder Frauen mit etwas größerem Portemonnaie ist. Mit Blick auf Porsche, ja, da kann man durchaus mal skeptisch sein angesichts dieser Entwicklung. Nichtsdestotrotz, charttechnisch sieht es momentan recht interessant aus und deswegen holen wir uns auch heute einmal den Chart auf dem Bildschirm doch zuvor. Sie wissen es wie immer, die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen spiegeln lediglich die Meinung von Primequants wieder. Die vorgestellten Produkte werden zu Demonstrationszwecken gezeigt und Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind selbstverständlich immer risikobehaftet. Kommen wir zunächst zum Langfristchart. Ja, und hier gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir sehen mehr oder weniger seit 2008 eine quälende Seitwärtsbewegung und mit Blick auf das 2007er Top auch eine klare Underperformance gegenüber dem DAX oder den anderen deutschen Aktienindizes. Kommen wir zum Trendchart. Ja, und hier konnten wir jetzt die 200-Tage-Linie bei 52,05 Euro wieder zurückerobern. Wir befinden uns also seit dem 13. September streng genommen wieder im Aufwärtstrend und haben seitdem auch schon 4,4% an Wert zugelegt. Bevor wir uns aber den Balkenchart auf den Bildschirm holen und etwas ins Detail gehen, zunächst einmal der Blick auf den Seasonal Chart. Ja, und jetzt darf man sich hier oben von der roten minus 10% nicht verwirren lassen, denn diese schwache saisonale Phase, die endet morgen am 28. September und dann sehen wir es hier schon in der Grafik, dass es danach eigentlich tendenziell bei Porsche öfters mal zu einer kräftigen Jahresendrallye kommt, also die Monate Oktober und November für Porsche tendenziell eigentlich recht gute Monate. Gehen wir nun zum Balkenchart und schauen uns mal die Tendenzen im Detail an. Ja, dann haben wir zuletzt einmal das April-Tief bei 48 Euro erfolgreich auf den Prüfstand gestellt, konnten dann im Anschluss auch erste Fleißpunkte sammeln und diesen Abwärtstrendkanal nach oben verlassen. Das war ungefähr der Bremsbereich bei 53 Euro und jetzt nehmen wir auch schon das Mai-Top bei 54,73 Euro ins Visier und würde uns jetzt hier der Break gelingen, wofür wir so Pi mal Daumenkurse oberhalb von 55 Euro bräuchten, ja, dann würde auch schon das Januar hoch bei 58,63 Euro ins Visier rücken. Allerdings auf der Unterseite, da müssten wir noch aufpassen, dann wäre hier eine Pullback-Bewegung noch einmal möglich auf die obere Begrenzung dieses Trendkanals und eventuell sogar nochmal ein Rutsch bis 50 Euro, aber dafür müssten wir dann wieder in diesen Trendkanal zurückfallen. Sollten wir im Anschluss auf der Oberseite das Januar-Top überbieten, ja, dann hätten wir durchaus Platz bis in den Bereich von 63 Euro. Dazu hole ich einmal das Volumenprofil auf dem Bildschirm und dann sehen wir, dass wir dann eine schnelle Bewegung durch diesen volumenarmen Korridor bis in den Bereich von 63 Euro sehen könnten. Dort liegt übrigens auch das Kursziel von BNP Paribas. Ja, wie kann das jetzt hier konkret in einem Setup aussehen? Auch da habe ich mal was Kleines vorbereitet anhand eines Calls von der City mit der WKN CY98EP3. Die Scheine verfügen über ein Knockout-Level bei 46,66 Euro und damit eine Hebelwirkung von 6,74. Die Scheine laufen zudem endlos und werden momentan auf 0,80 zu 0,81 Euro taxiert. Unser Kursziel im Bereich von 63 Euro, ja, das würde im Schein einem Ziel von 1,63 Euro entsprechen. Damit ergibt sich eine Gewinnchance von 101,73%. Und den Stop-Loss, ich sagte es gerade schon, man müsste eigentlich hier streng genommen damit rechnen, dass man hier eventuell nochmal auf diese 50er Marke zurückfallen könnte. Das wäre dann allerdings auch schon so das Mindeste, das Maximale, was man da zulassen sollte auf der Unterseite. Denn wir haben ja hier oberhalb noch einmal so eine Volumenkante, die stützend wirkt und darunter unterhalb von 50 würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Also den Stop-Loss würden wir dann hier direkt im Bereich von 50 Euro vermerken. Das würde im Schein ungefähr der Bereich von 0,33 Euro entsprechen. Also dem Level von 0,33 Euro im Schein entsprechen. Damit ergibt sich ein Risiko von knapp 60%. Zunächst sollten wir hier den Sprung über die My-Tops vollziehen, dann empfiehlt es sich hier den Stop möglichst schnell auf den Einstandspreis nachzuziehen, beziehungsweise dann auf Break-Even anzuheben. Das war es dann auch schon wieder in aller Kürze von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin erfolgreiche Trades.